Hallo, ich bin die Susanne Neff und ich wollte euch kurz erklären, was im Moment von mir so erhältlich ist. Und zwar ist es zum einen im Buchhandel, das Buch Leitfaden für Pferdeflüsterer. Das hat ungefähr 500 Seiten und das sind drei Teile. Eins ist über Pferde in der Mythologie, eins ist über Heilmethoden für Pferde und das dritte Kapitel ist über Pferdetraining und das ist ein Mix von allem, was ich auf der ganzen Welt gelernt habe. Das sind 30 Jahre von meiner Erfahrung da drin und wirklich mit Herzblut geschrieben. Und dann die Notfallfibel, das war eigentlich ein Teil vom Buch von Leitfaden für Pferdeflüsterer und dann haben aber ein paar gesagt, ja gut, das interessiert vielleicht nicht jeden und es ist auch nicht praktisch, das ganze Buch immer in den Stall mitzunehmen und deswegen gibt es auf Amazon diese kleine Fibel, natürliche Pferdegesundheit und das ist von A bis Z einfach über Bachblütenschüsselersalze, was man bei den verschiedenen Pferdekrankheiten, bei Kolik, bei Kotwasser usw. machen kann mit natürlichen Hilfsmitteln. Genau. Und dann gibt es noch den Kalender Göttinnen und ihre Pferde und der ist eigentlich angelehnt an das erste Kapitel vom Buch und das sind die verschiedenen Pferdegöttinnen abgebildet, wie die Eponas, die man jetzt da auf dem Titelbild sieht und kurze Informationen darüber. Den Kalender könnt ihr bei mir bekommen auf der Website und die Fibel auf Amazon und das andere Buch ist überall im Buchhandel erhältlich, aber auch auf Amazon. Auf Amazon ist eine andere Version, da ist es in DIN A4 und da sind es nur 300 Seiten, es sind aber mehr Bilder drin, also es sind ein bisschen unterschiedlich die Versionen. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss!